die türkische lira verliert gegenüber den großen währungen also gegenüber dem euro und gegenüber dem us-dollar massiv an wert wie weit kann diese entwicklung noch gehen das möchte ich in diesem video besprechen ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem tradermacher kanal so heute soll es um die charttechnische besprechung des euro zur türkischen lira gehen zum einen weil viele von euch vermutlich gespannt sind wie es weitergehen wird in dieser ja doch recht dramatischen entwicklung also ist der euro gegenüber der türkischen lira findet die türkische lira mal einen boden oder geht die abwertung immer weiter dazu gleich mehr direkt am bildschirm vorweg möchte ich noch sagen dass ich in diesem video nicht über politisches sprechen möchte also es wird vermutlich dem einen oder anderen nicht entgangen sein dass herr erdogan der türkische staatspräsident sagt das ist eine gezielte attacke auf unserer weh auf unsere währung auf die türkische lira das kann man zumindest aus sicht eines charttechnikers so nicht stehen lassen denn die türkische lira wertet seit vielen 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 jahren wertet sie schon ab und zwar gegenüber dem euro gegenüber dem us dollar das heißt also wir sehen jetzt durchaus eine beschleunigung dieses aufwärtstrends der trend ist aber schon lange da gewesen also auch schon zu zeiten als die amerikaner und die türken hand in hand gemeinsame nato aktionen durchgeführt haben und durchaus wirtschaftspartner waren die sich geschätzt haben momentan herrscht eiszeit oder noch schlimmeres ja wer sich mit dieser thematik etwas mehr auseinandersetzen will denn es gibt durchaus einen grund dafür dass der euro und dass der us dollar so wichtig geworden sind für die türkei und hier kann man gar nicht mal von einer schuldfrage sprechen also einfach zu sagen ja die türkei hätte sich ja nicht in euro oder in us dollar verschulden müssen dann hätte sie den salat jetzt nicht das stimmt so bei aller möglicherweise berechtigten kritik stimmt so auch nicht also wer die problematik des starken us dollars und der ist nicht nur stark gegenüber der türkischen lira sondern auch gegenüber der gegenüber dem rubel gegenüber dem südafrikanischen brand also sehr sehr viele schwellenländer währungen kommen momentan unter die räder wer mehr über dieses thema werden wissen möchte dem empfehle ich das video welches ich kürzlich auf dem erichsen kanal gedreht habe da geht es nämlich um die stärke des us dollar und inwiefern er möglicherweise unser finanzsystem bedroht ja link blende ich euch hier mal ein könnt ihr gerne anschauen heute soll es nämlich um eine potenzielle trading gelegenheit gehen im euro zur türkischen lira achtung es wird spekulativ bitte schaut euch an so das ist sie also die türkische lira und zwar im wochenchart ich habe mal diese langfristige einstellung gewählt um darauf hinzuweisen dass der euro gegenüber der türkischen lira schon sehr lange steigt also das ist tatsächlich kein neues phänomen was wir hier sehen sondern ja wir sind hier im jahr 2011 hier beginnt der chart und man sieht wir haben seitdem einen stetigen aufwärtstrend das heißt also die lira wertet ab gegenüber dem euro es müssen immer mehr türkische lira aufgewandt werden um einen euro zu kaufen soweit also zu der langfristigen einstellungen das nur um deutlich zu machen dass es sich also hier keineswegs um ein neues phänomen handelt kommen wir mal in den tageschart und viele sehen so einen chart und ja bleiben noch mal ganz kurz im wochenchart sehen diesen steilen anstieg und der erste gedanke ist meine güte what goes up must come down also wenn irgendwas so steil steigt dann muss es doch eigentlich auch irgendwann wieder fallen oder und das ist ja darf ich mal so unumwunden sagen das ist ein fehler im gedanklichen setup wenn man so etwas sieht also einen stetigen aufwärtstrend der dann dazu führt dass er sich so rapide hier in eine phase der überhitzung kam und die war es war eindeutig eine zumindest kurzfristige überhitzung sieht man hier unten auch am rsi und am momentum ich werde euch gleich noch erläutern warum ich die unten hier mal mit eingeblendet habe dann sollte der gedanke allerdings nicht sein zumindest nicht der erste gedanke wann fällt es jetzt sondern wie komme ich in diese steile bewegung denn noch wieder rein denn auf so einen anstieg kann selbstverständlich es gibt an der börse keine 100 prozent wahrscheinlichkeit für irgendein setup kann selbstverständlich auch der totale rückfall hier kommen bis auf etwa 5 5 60 herum also wenn man sich diesen langfristigen trend hier ansieht ja ich mag upsala entschuldigung ich mal die nummer ganz grob ein das war keine trendlinie diese hier ganz grob ja dann sieht man je nachdem wie oder wo man den anlegt ab wo ja der trend wird letztendlich erst gebrochen wenn es hier unter rund 5 20 runter geht ja wir haben ja auch noch diesen sehr langen gleitenden durchschnitt da notiert der euro zur türkischen lira nun schon seit jahren drüber insofern darf man annehmen hier irgendwo um fünf herum so tief könnte theoretisch der euro zur türkischen lira fallen und wäre ja immer noch im aufwärtstrend das ist allerdings nicht die erste variante oder die dominierende variante die sieht vielmehr vor dass auf so einen schnellen anstieg eine konsolidierung erfolgt die kann in einer klassischen a b c korrektur erfolgen machen wir mal hier das ganze im tageschart das würde also bedeuten a b c korrektur würde bedeuten a b und dann kommt noch ein c welle abwärts allerdings muss man sagen dass angesichts der tatsache dass dieses b so hoch ging nämlich fast wieder auf ein auf ein neues allzeithoch es wahrscheinlicher ist dass wir uns hier in einer form der flaggenbildung befinden das heißt also dass der euro zur türkischen lira ich male wieder nur grob ein hier so eine flagge ausbildet und diese flagge wird dann in der regel zur oberseite aufgelöst bei einem aufwärtstrend soweit also mal die gedankliche herangehensweise sieht man so etwas dann ist erst mal die frage wie komme ich rein in die aufwärts in die trend bestätigende long bewegung ja gut ich nehme das mal raus und wir schauen uns das ganze mal etwas näher an hier im vier tages im vier stunden chart so klassische situation ein fibonacci retracement einzusetzen hier war das letzte markante hoch hier ist das letzte markante tief bevor es ärger gibt mache ich das gleich richtig rum selbstverständlich in einem aufwärtstrend von unten nach oben so der haben wir schon mal ein paar linien wenn wir jetzt etwas weiter reingehen dann sehen wir hier dass wir auch noch so einen fallenden trend haben und zwar seit anfang september eine kleine trendlinie die man hier oben aufliegen kann und dadurch erhalten wir zwei potenzielle kaufmarken man sieht sehr schön wenn ich noch mal etwas weiter reingehen wie hier der gleitende durchschnitt das ist ja ich zeige euch gerne mal die die eigenschaften hier das ist ein 50er periode methode smooth wenn man das auf deutscher einstellung hat heißt smooth geglättet anwenden auf close das bezieht sich dann jeweils auf die betrachtete zeiteinheit naja und die farbe und die breite des moving average des gleitenden durchschnitts die könnt ihr euch selber aussuchen und man sieht sehr schön dass dieser gleitende durchschnitt durchaus seine wirkung hat denn in den letzten 1 2 3 4 5 6 vier stunden kerzen sind wir jeweils um diesen gleitenden durchschnitt herumgependelt hier hat er auch schon mal zwischen den beiden retracement seine wirkung gezeigt deswegen nutze ich diese standardeinstellung standardeinstellung bedeutet dass ich praktisch immer ein retracement einzeichnen und dass ich den gleitenden durchschnitt eigentlich in jedem chart mir anzeigen lasse er passt nicht in jeden basiswert das muss man auch ganz klar sagen es gibt auch basiswerte da sollte man andere einstellungen werden nutzen hier aber ist es durchaus sinnvoll so was heißt das das heißt wir erhalten zwei potenzielle kaufpunkte zum einen hier am 38er retracement ich zeichne mal eine grüne linie ein wenn wenn also der euro zur türkischen lira dieses 38er retracement bei 7,47 per vier stunden schlusskurs überschreitet dann ergäbe das ein kleines kaufsignal achtung ich nehme die grüne linie und hebe sie auch gleichzeitig noch über diese letzten hochs das ist sozusagen meine margin of safety meine sicherheitsmarge wo ich sage das möchte ich dann gleich mit abgeklärt haben damit haben wir also die erste kaufmarke ich nehme es noch etwas höher so und dann machen wir mal 7,52 das kann man sich merken ja man kann es der selbstverständlich sich auch direkt anzeigen lassen 7,52 7,52 upsala sorry da haben wir sie bei 7,52 vier stunden schlusskurs über 7,52 ist eine kaufmarke wäre es und das kann man bei so einem volatilität oder bei dem so volatilen basiswert durchaus nachvollziehen wenn man sagt ich brauche eigentlich noch ein bisschen mehr bestätigung auch das ginge dann würde man hier die allerletzte sequenz nehmen diese und sich hier anschauen und dann hätten wir hier oben eine weitere kaufmarke die läge nämlich bei einem vier stunden schlusskurs oberhalb von 7,77 so hier wären die letzten hochs und das wichtige 61,8 respektive 38,2 retracement die wären hier überschritten der charme den diese kaufmarke hat bei 7,52 ist dass ich relativ nahe meinen stop platzieren kann ich könnte also beispielsweise wenn du wirst kannst ganz konkret machen wollten zum einen einen festen stop hier unter dem letzten retracement also hier bricht es über das 23,6 retracement aus und über die letzten hochs fester stop heißt ich möchte in jedem fall ja etwas im markt haben was mich aus einer position rausholt da bietet sich dann häufig die marke an beziehungsweise das retracement was dann weiter unten liegt ja da haben deswegen mache ich diese linie mal rot damit es klar wird also das wäre in etwa bei 7,27 also noch ein ganz passender abstand vom einstieg zum ziel weil bereits das erreichen dass des letzten hochs hier um 7,90 herum also hier waren wir in einem top closing bei 7,88 das wäre also ein erstes ziel und man sieht dass das bereits fast doppelt so hoch ist wie das risiko was man dann hier auf der unterseite hätte gleichzeitig könnte man noch und das ist etwas was wir beispielsweise momentan in der tradermacher live community sehr gerne umsetzen auch noch einen variablen stop hinzufügen und der würde sagen beende die position wenn der vier stunden schlusskurs unterhalb des 23,6er und unterhalb dieser trendlinie also unter 47 liegt ja das ist mit dem trade manager sehr gut umzusetzen das heißt also man muss da nicht permanent davor sitzen wisst ihr alles das ist q trade bei dem metatrader 4 hier zeige ich euch den chart aktuell und wer sich das mal anschauen will der kann im paket das durchaus dann auch erhalten diesen trade manager der einfach den riesen vorteil hat man muss nicht vor dem bildschirm sitzen um variable stops umzusetzen also soweit meine einschätzung zum euro gegenüber der türkischen lira hier entsteht aus meiner sicht ein kaufsignal hier oben ein erstes ziel zielzone 785 bis 790 und in der folge dann selbstverständlich gemäß des übergeordneten trends kann es weitere hochs geben ja wie man solche hochs bestimmen kann wo die liegen kann mit hilfe von fibonacci extension werde ich gerne mal in einem der nächsten videos erläutern ganz ganz wichtig ich sage es jetzt und ich werde es vermutlich gleich auch noch mal wiederholen euro zur türkischen lira ist zum einen extrem abhängig selbstverständlich von politischen statements und ist und darüber hinaus ein basiswert der sehr teuer zu handeln ist hohe finanzierungs kosten und ist als drittes sehr sehr volatil sollte also wirklich nur jemand umsetzen der sich in der materie auskennt der bereits erfahrung im sehr aktiven handel hat bitte auf eigene gefahr handeln das gilt immer bei all diesen videos ich stelle hier nur meine ganz persönliche subjektive meinung da und wie es beim trading so ist selbstverständlich ist die trefferquote nicht bei 100 prozent ja ein guter trader kommt mit einer trefferquote von 60 bis 65 prozent ganz hervorragend klar immer stopp setzen ganz wichtig so dass mal als kleiner zwischendisclaimer hier im euro zur türkischen lira so das war es also für heute ich wiederhole nochmal was ich gerade gesagt habe nur wer sich mit dem hoch spekulativen handel auskennt gleich ob mit cfds oder mit zertifikaten spielt gar keine rolle das ist ein hoch spekulativer basiswert ja wenn ihr das noch nicht gemacht habt beziehungsweise wenn ihr bisher vielleicht nur den dax in anführungszeichen gehandelt habt dann ist der euro zur türkischen lira sicherlich nicht der richtige basiswert um jetzt in den forex handel einzusteigen da sollte man wissen wie man sein risiko berechnet und wie man es vor allen dingen auch kontrolliert in dem ein oder anderen video hier auf dem kanal habe ich es ja auch schon besprochen also soviel dazu und wer jetzt sagt ich möchte mehr von solchen trading gelegenheiten oder wer zum beispiel sagt mich würde mal deine meinung interessieren zu den chinesischen werten alibaba oder jd.com haben die jetzt möglicherweise ihren boden gefunden gibt es da mal eine gegenbewegung und die haben ja massiv verloren zwischen 25 und 30 prozent tja dem kann ich meinen report nur anbieten hier unten könnt ihr euch dafür eintragen und zwar völlig kostenlos und das schöne bei der sache ist ihr bekommt dann diesen report jeden mittwoch vor börseneröffnung und ich wiederhole es auch immer wieder hier an dieser stelle denn für mich ist das etwas ganz wichtiges ihr könnt euch genauso leicht wieder austragen wie ihr euch eingetragen habt falls euch der report nicht gefällt das kommt nicht allzu häufig vor das darf ich mal mit etwas selbstbewusstsein und stolz sagen aber der ein oder andere entscheidet ja vielleicht auch dass der börsenhandel an sich nichts mehr für ihn ist und das ist wiederum völlig zu akzeptieren und dann braucht man vielleicht auch diesen report nicht also schaut ihn euch an dann war es das für heute und ich wünsche euch gutes gelingen an der börse herzliche grüße bis dann